Der Chris Roberts, der hatte nen großen Plan und fragte beide Publishern an, doch fand er keinen, der den Traum wahr macht, gestärkt die Spieler, schafft seinen Arm. Erst kam die Alpha mit dem Hangar raus, dann standen alle unsere Schiffe da. Inzwischen fliegen wir durchs große Wörst und unser Traum wird langsam endlich wahr und CIG sagt, hab keine Angst mehr vor den bösen 30Ks, hol dir ein Spielpaket und hab viel Spaß, wo gibt's denn sonst noch so ein Spiel wie das? Für manche nicht genug, doch viele finden's krass, mit Server Mashing wird nun alles wirklich gut, wo gibt's denn sonst noch so ein Spiel wie das? Die Bäcker sind uns heilig, manchmal gibt's aber Stress, was brauchst du denn zum glücklich sein, vielleicht ein bisschen mehr FPS? Schau dir mal Mining an, auch Trading macht echt Spaß und es kommt noch mehr, wir schaffen's her, wo gibt's denn sonst noch so ein Spiel wie das? Wo kam man sonst noch dies, wo kam man sonst noch das? Wir haben alles hier, ist das nicht cool und krass? Bald kommt das nächste Jahr, dann fangen himmlische Zeiten an, volle Persistenz und ganz viel mehr, du hast ein Spiel, das echt alles kann. Wir bauen jeden Tag an deinem Traum und machen wirklich, wirklich alles wahr. Der Essen ist automatisch, der geht noch nicht, der wird voll animiert, na klar. Und wenn dann Pyro kommt mit ganz viel neuem Kram, dann geht es los, das wird ganz groß. Wo gibt's sonst so ein Spiel, sonst so ein Spiel, wo gibt's sonst so ein Spiel, sonst so ein Spiel, wo gibt's sonst noch so ein Spiel wie das? Wo gibt's sonst noch so ein Spiel wie das? Wo gibt's sonst noch so ein Spiel?